Willkommen zum Richard24 Produktvlog heute mit dem Colco Edition 11 Einhebel Waschtischmischer 150. Diese Waschtischarmatur ist die Version ohne Zugstangenablaufgarnitur. Die gibt es natürlich auch entsprechend mit Zugstangenablaufgarnitur. Die Armatur hat eine Höhe von 159 mm und eine Tiefe von 162 mm. Die Armatur ist für eine Einlochmontage konzipiert und hat extra dafür ein Schnellmontagesystem. Und die Mischwasserkartusche im Inneren ist mit keramischen Dichtscheiben ausgestattet. Unten drunter haben wir einen Strahlwinkel verstellbaren Luftsprudler in einer Slim-Variante. Ich zeige Ihnen den schnell mal. Da unten sehen Sie den Luftsprudler. Wie gesagt, den Strahlwinkel können wir individuell mit dem Finger nachjustieren. Und die Armatur wird starten mit der Acrylplatte, die Sie hier sehen, mit entsprechenden Druckschläuchen in 420 mm Länge. Und einem Durchmesser von 3,25 Zoll ausgeliefert. Und diese verchromte Armatur hat eine Durchflussbegrenzung auf 7,6 Liter die Minute. Zur Armatur selber. Die Armaturenserie der Edition 11 ist mit zahlreichen Design Awards prämiert. Unter anderem auch den Produkt Design Awards 2012. Wir haben hier einen seitlich sitzenden Bedienhebel, der sich im 90 Grad Winkel verstellen lässt, um die Temperatur zu regeln. Wir können ihn dann entsprechend natürlich öffnen, um den Wasserzulauf zu starten. Und dann auch während des geöffneten Hebels die Temperatur weiterhin verstellen. Um Ihnen nochmal das Design zu zeigen, von der Seite einmal die Ansicht. Wir haben also hier diese sehr geraden Linien kombiniert mit diesem Bogen in der Mitte. Die Armatur ist auf einem sehr schlanken Sockel. Und normalerweise, wenn Sie die Armatur mit zu starken Ablaufgarnitur bestellen, haben Sie hinten noch einen kleinen Hebel, mit dem Sie die Ablaufgarnitur betätigen können. Das ist die Version ohne Ablaufgarnitur. Deswegen haben wir auch keinen Hebel. Ja, noch einmal die Frontansicht. Wir haben also wirklich eine sehr schöne, glatte, gerade Fläche. Und diese Armatur eignet sich deshalb natürlich besonders für Leute, die hohe Ansprüche an Design, Haptik und auch, wie gesagt, Optik in ihrem Bad haben. Und diese Armatur ist auch preislich absolut ermessbar. Wir finden die sehr toll und empfehlenswert. Und würden uns auch freuen, Ihre Kommentare zu der Armatur zu hören. Entweder bei Richard24 in den Produktbeschreibungen oder bei YouTube in den Kommentaren. Und wünschen Ihnen nun einmal viel Spaß beim Einkaufen und bis zum nächsten Mal.